meine kompanien und ich habe uns einfach schnell entschlossen mal ans meer zu fahren und da ist es auch so jetzt sind wir hier auf dem steinchen und es war ziemlich schwer hier hoch zu kommen weil ich stoff bin und wegen nichts ist hier noch ein bisschen die aussicht und später gibt es wahrscheinlich noch ein dessert oder so und dann mal kurz was sonst noch so passieren so larissa und ich sind jetzt wieder am times square und ja wir zeigen euch noch ein paar informationen weil wir gehen später noch aufs rockefeller center und wir müssen aber noch warten weil es ist erst 20 uhr 27 und wir können ja erst um 9.40 spielen weil zu viel anwärmung so man sieht mich gar nicht gut und ja jetzt ein bisschen es ist cool hier ist es ist cool hier bis gleich bis gleich bis gleich und Ich bin jetzt hier bei den Norddeutschern. von New York. Gucken wir uns ein bisschen die Skyline an von New York. Das ist wirklich wunderbar und ich zeig euch deshalb jetzt ein paar Bilder und ja, ich hoffe mal, die Bilder werden was, weil hier oben ist ein bisschen dupel und da unten ist ein bisschen hell und von dem her, hmm, mal gucken. So, unsere Tour von da oben, waren wir jetzt da oben, waren wir jetzt, ist jetzt vorbei und wir sind jetzt tot kaputt, weil es ist irgendwie halb zwölf oder so, keine Ahnung und ich beende jetzt hier mit das Video, damit ich mal gequatscht habe am Ende von dem Video und ich habe es kaputt. Bis morgen oder so. Keine Ahnung. Tschüss. Tschüss.